Wie ihr wisst, spannen sich bei mir schon die 100 Phenophanten an. Eine große Zahl und deswegen will ich auch ein großes Special machen, nur ist das Problem, dass ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig werde damit. Und deswegen mache ich einfach zwei Teile daraus. Einerseits ein Hauptspecial in dem Hauptspecial. Das will ich euch einfach nicht verraten, was das wird. Ich habe etwas Neues ausprobiert. Ich habe neue Programme gelernt. Das wird auf jeden Fall extrem interessant. Und ich mache auch noch ein Nebensspecial. Dort werde ich einfach mal so Danke sagen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt Fragen stellen. Stellt auf jeden Fall originelle Fragen. Weil die besten Fragen, vielleicht auch witzige Fragen. Es kann alles sein. Es muss nicht irgendwie nur Equipment sein. Oder ihr könnt auch ruhig mehrere Fragen stellen. Nämlich die originellsten Fragen. Die können auch in das Hauptspecial kommen. Und ich glaube das Hauptspecial ist etwas Interessantes oder etwas Neues. auf meinem Kanal. Und ich glaube es ist ziemlich gut, wenn man dort einmal drinnen ist. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich wollte einfach mal ankündigen, dass ihr Fragen stellen sollt unter diesem Video. Ich habe auch nicht viel mehr Zeit gehabt für ein weiteres Video. Und ich glaube das war jetzt einfach wichtig, dass ihr wisst, dass ihr Fragen stellen könnt. Und in das Special hineinkommt. Ihr könnt die Fragen einerseits in den Kommentaren schreiben, aber auch gerne auf Twitter, Facebook und was auch immer. Aber das würde mich extrem freuen, weil dann hätten wir einen größeren Teil für das Special. Also das Nebenspecial wird wahrscheinlich dann ungefähr genau zu dem Zeitpunkt kommen, an dem wir die 100 Abonnenten geknackt haben. Und das Nebenspecial wird wahrscheinlich vielleicht in zwei Wochen oder drei Wochen kommen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kann sein, dass es länger dauert oder vielleicht auch nichts Zeit. Auf jeden Fall darauf gespannt. Und jetzt ab in die Kommentare. Stellt mir Fragen. Und ich verabschiede mich jetzt noch mit einem kräftigen Tyrö. Bis zum nächsten Mal.